Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen hier im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek. Es ist ein sehr schöner Anlass, der uns zusammenführt. Wir präsentieren Ihnen heute in einer Kooperation mit dem Heimon Verlag, mit der Wittgenstein-Initiative und der Österreichischen Nationalbibliothek eine über 370 Briefe umfassende Edition der Korrespondenz zwischen Ludwig Wittgenstein und Ben Richards. Ich freue mich sehr über das Zustandekommen dieses Werks, das in zweifacher Weise sehr eng mit der österreichischen Nationalbibliothek verbunden ist. Einmal, weil sich die Originale der hier erstmals veröffentlichten Briefe an der österreichischen Nationalbibliothek befinden. Ein Teil davon schon seit 1995. Er blieb aber auch auf Wunsch der Witwe von Ben Richards bis 2020 für die Öffentlichkeit gesperrt. Und den zweiten Teil der Korrespondenz konnten wir auch dank der Initiative des früheren Direktors unserer Sammlung von Handschriften und alten Drucken, Dr. Andreas Fingernagel, der heute auch hier ist, eben 2021 käuflich erwerben. Eine weitere Verbindung ergibt sich durch die Person des Herausgebers. Dr. Alfred Schmidt ist seit vielen Jahren, länger, viel länger als ich, schon an der Generaldirektion als wissenschaftlicher Assistent und er hat sich sehr intensiv jahrelang auch privat mit Ludwig Wittgenstein beschäftigt und man kann sagen, er ist ein echter Experte, ein echter Wittgenstein-Experte. Die Korrespondenz Wittgenstein Richards ist nicht nur der quantitativ größte Briefwechsel, den wir von Wittgenstein überhaupt kennen, er ist wohl auch einer der persönlichsten und berührendsten. Das habe ich mir sagen lassen, weil ich habe noch nicht hineingelesen. Die Briefe geben uns detaillierte Einblicke in Wittgensteins letzte sechs Lebensjahre, die bestimmt waren von einer konzentrierten Fortsetzung seiner philosophischen Arbeit und auch von seinen längeren Aufenthalten in Irland, in den USA und auch von seinen Besuchen bei seiner Familie in Wien. Vor allem aber dokumentieren die Briefe Wittgensteins eine leidenschaftliche und eine emotionale Beziehung zu dem um 35 Jahre jüngeren Medizinstudenten, der seine letzten Lebensjahre wesentlich bestimmte. Erlauben Sie mir auch abschließend noch darauf hinzuweisen, dass Ludwig Wittgensteins gesamter philosophischer Nachlass 2017 auf die UNESCO-Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen wurde und die österreichische Nationalbibliothek verwahrt einen wesentlichen Teil davon, darunter auch ganz zentrale Manuskripte bzw. Typoskripte zu seinen beiden Hauptwerken, dem Traktatus Logicus Philosophicus und den philosophischen Untersuchungen. Der größte Teil des Nachlasses befindet sich heute in Wittgensteins zweiter Heimat in England, im Trinity College in Cambridge. Ich meine, es ist wichtig, dass ein Teil des Erbes Wittgensteins auch hier in seiner Geburtsstadt in Wien bewahrt wird und dass Österreich sich auf diese Weise auch zu einem seiner bedeutendsten Intellektuellen bekennt. Seine Wirkung als einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts ist ja bis heute über 70 Jahre nach seinem Tod umgebrochen. Ich gratuliere dem Heimon Verlag sehr herzlich zu dieser verlegerischen Leistung. Ich bedanke mich bei der Wittgenstein-Initiative für die Unterstützung und darf in diesem Zusammenhang auch sehr herzlich Frau Dr. Radmila Schweitzer begrüßen, die dann auch noch am Podium sein wird. Herzlich willkommen und ganz besonders bedanke ich mich beim Herausgeber Dr. Alfred Schmidt für sein großartiges Engagement und für diese großartige Leistung. Wirklich herzliche Gratulation auch Ihnen. Ich danke Ihnen allen fürs Kommen und wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Danke. Applaus Guten Abend, vielen Dank sehr geehrte Frau Dr. Rachinger für die schöne Begrüßung. Ich bedanke mich für die Einladung. Es ist mir eine Ehre und für die Wittgenstein-Initiative heute mitmachen zu dürfen. Es ist vollbracht. Das ist ein Ereignis in der Wittgenstein-Welt, in der Wittgenstein-Blase. Diese Briefe werden seit Jahren erwartet, weil es sich nicht nur um die umfangreichste, sondern um die persönlichste Auseinandersetzung Wittgensteins handelt. Das sind pure Liebesbriefe, so wie niemand sie von Wittgenstein erwartet hätte. Und wenn ich sagen darf, das sind Wittgenstein-Liebesbriefe, also nicht Liebesbriefe, wie wir alle sie vielleicht schreiben würden, sondern die Liebesbriefe eines strengen, ehrlichen, asketischen Geistes. Also ich persönlich habe mir gedacht, ich wäre keine Beziehung mit ihm eingegangen. Nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern das sind Briefe, die ständig, das ist wie das höchste Gericht. Henrik von Fricht, einer seiner Literaturverwalter, hat einmal gesagt, jedes Gespräch mit Wittgenstein war wie das höchste Gericht. Was ist richtig? Was ist ethisch? Inwieweit bist du mein Freund? Und so weiter. Alles bis zu einer Grenze. Und das ist auch die Beziehung zu Ben Richards. Bleibst du mir treu? Sind wir Partner? Bist du mein Freund? Was bedeutet es, echte Freunde zu sein? Das ist ein Philosoph, der verliebt ist und der leidet die ganze Zeit, weil er sich völlig bewusst ist, dass er 35 Jahre älter als der geliebte Ben ist, dass ihm nicht viel Zeit bleibt und dass Ben noch ein ganzes Leben vor sich hat. Eine gewisse Tragik, glaube ich, ist ein Unterton der Tragik gibt es in der gesamten Korrespondenz seitens Wittgenstein. Aber to business, wie Wittgenstein angeblich gesagt hat. Zum Inhalt des Buches. Lieber Alfred, was möchtest du uns insgesamt über den Inhalt des Buches sagen? Vielen Dank, Herr Müller. Herzlich willkommen auch von meiner Seite noch einmal. Bin ich gut zu hören? Ja, vielleicht darf ich einen Satz vorweg, um ein bisschen auch die Bedeutung dieser Briefe einzuordnen. Die Quellenlage oder sagen wir die Zugänglichkeit der Quellen von Wittgenstein ist ja eine ausgesprochen Gutes bereits seit mehreren Jahrzehnten. Wir kennen seinen gesamten Nachlass in einer Online-Version, in einer frei zugänglichen. Es ist mehr oder weniger ausgeschlossen, kann man sagen, dass noch ein Originalmanuskript von Wittgenstein je auftaucht. Es gibt eine komplette Briefedition, eine Online-Edition im Brenner Verlag, eine sehr verdienstvolle Arbeit, die gesamten bekannten Briefe von und an Wittgenstein online zugänglich macht. Hin und wieder tauchen Briefe auf. Dr. Fienagel kennt das im Antiquariatsbuchhandel. Einzelstücke von im Privatbesitz befindlichen Briefen. Meistens sind sie bekannt. Der Inhalt ist oft schon in der Edition bekannt. Nur um Ihnen ein bisschen eine Relation zu geben, dass hier 373 Briefe völlig unbekannten Inhalts auf einmal neu auftauchen, mehr als 70 Jahre nach seinem Tod, ist wirklich eine kleine Sensation. Also das sind Dokumente, die in ihrem Wert kaum zu überschätzen sind. Das sind Dinge, die man hat gewusst, es gibt einen Teil der Briefe. Das ist dann gleich ein bisschen die Geschichte, wie wir dazu kamen. Aber also die Bedeutung, glaube ich, ist wirklich eine große, zumindest innerhalb der Wittgenstein-Gemeinde ist das schon ein relativ wichtiges Ereignis. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wie dieses Buch aufgebaut ist. Es ist das Inhaltsverzeichnis. Diejenigen, die es schon in der Hand haben, kennen das. Es gibt ein Vorwort von Ray Monk, den muss ich Ihnen, glaube ich, nicht näher vorstellen. Der Wittgenstein-Biograf. Interessant ist, dass er in diesem Vorwort auch schreibt, er war in Kontakt mit Ray Monk im Züge seiner Recherchen für seine große Biografie. Hat er Ray Monk besucht, hat er Ben Richards besucht und Ben hat kein Wort von diesen Briefen erwähnt. Also dahinter war offenbar irgendwie eine Scheu oder natürlich war Ray Monk interessiert, möglichst viel zu erfahren über diese Beziehung, aber die Briefe blieben sozusagen unbemerkt. Erst als Ben Richards gestorben ist 1995, hat seine Witwe diese Briefe den Nationalbibliothek angeboten und das war noch ihr Vorgänger damals. Gott sei Dank wurde das damals sofort gekauft. Also nur ganz kurz, es gibt eine längere Einleitung. Die Briefe selber sind dann angeordnet nach Lebensperioden von Wittgenstein. Also markante Wechsel in seinen Aufenthaltsorten meistens. Es ist die erste Zeit, wo er noch in Cambridge unterrichtet. Das sind seine letzten beiden Jahre bis 1947. Die Urlaube verbringt er in dieser Zeit regelmäßig in Swarnsee. Also das ist auch ganz interessant, er hat diese Gegend geliebt. Damals hat sowohl Sommer, Oster, Weihnachtsurlaube, er war immer in Swarnsee. Wittgenstein legt seine Professur nieder Ende 1947 freiwillig. Also er meint, er kann nicht philosophisch wirklich produktiv sein, solange er diese Professur hat. Er zieht sich nach Irland zurück. Es folgt diese längere Periode in Irland, dauert fast zwei Jahre. Mit Unterbrechungen natürlich, übrigens Unterbrechungen immer wieder Wienbesuche. Er besucht regelmäßig seine Familie in Wien, meistens im September. Eine sehr produktive Zeit, also was seine Manuskripte anbetrifft. Er kommt dann 1949, gibt es diese längere Episode, also drei Monate etwa, wo er Norman Melkholm besucht, in USA, in Ithaka, an der Cornell University. Er unterrichtet Melkholm, also einer seiner Schüler. Ein eher kurzer Abschnitt. Wittgenstein kehrt zurück. Und in dieser Zeit wird die Diagnose Krebs gestellt. Er war vorher schon schwer, hat einige Symptome, ernste Symptome gehabt. Aber man hat erst bei seiner Rückkehr dann herausgefunden, es ist Prostatakrebs. Also das ist dann die Zeit, er wohnt bei von Wricht. Einige Monate übersiedelt dann zu Elisabeth Ennskamp, nach Oxford, vom April 1950 an. Hauptsächlich, weil ihm das Haus von Wricht zu laut ist. Er hat zwei Kinder, die ihm immer wieder stören, schreibt er. Er probiert es bei Elisabeth Ennskamp. Es ist dieser Abschnitt der vorletzte und die allerletzten Monate dann eben sein Aufenthalt bei seinem Arzt. Sein Hausarzt in Cambridge, der ihm angeboten hat, er kann bis zum Tod bei ihm bleiben. Das sind die letzten Monate, wo noch einmal ganz interessante Manuskripte entstehen. Dann gibt es noch einen kleinen Abschnitt über untertierbare Briefe. Die meisten Briefe sind zertierbar, haben ein Datum, oft eines, was mit der Hand ergänzt wurde. Also meine Vermutung ist, dass das Ben Richards bei der Ankunft der Briefe dazu geschrieben hat. Das ist jeweils dann vermerkt. Und es gibt natürlich einen ausführlichen Anmerkungsteil, wo wir versucht haben, alle Informationen zu ergänzen, die nicht unmittelbar aus den Briefen hervorgehen, Namen zu erklären, also Personen zu erklären und so weiter. Über 800 Fußnoten sind es insgesamt. Eine Zeittafel gibt es dazu über diese fünf Jahre etwa und Literaturverzeichnung und so weiter. Besonders erfreuen möchte ich, weil das jetzt hier nicht zum Ausdruck kommt. Ich habe eine wirklich wesentliche Hilfe bekommen von einem amerikanischen Wittgenstein-Forscher, Gabriel Citron, der in Princeton unterrichtet, auch einiges schon herausgegeben hat an unbekannten Schriften. Er spricht nicht Deutsch, also er konnte mir nicht bei der Übersetzung helfen, aber bei der Transkription der oft nicht sehr gut lesbaren Briefe hat er wesentlich mir geholfen und viele Fehler korrigiert. Um Ihnen ein bisschen einen Eindruck zu geben, ja, die Verteilung der Briefe ist ganz interessant. Von den insgesamt 373 Briefen stammen nur 86 von Richards. Das liegt einerseits daran, dass er sicherlich weniger geschrieben hat. Wittgenstein beklagt sich ja sehr häufig über die ausbleibenden Briefe, die ihm dann immer schon in Depression stürzen. Es liegt aber auch darin, dass uns sicher ein Teil dieser Briefe einfach fehlt. In einem längeren Zeitraum, also vom Oktober 47 bis Juli 49, gibt es keinen einzigen Gegenbrief. Die sind offenbar irgendwo abhandengekommen oder nicht aufgehoben worden, wie auch immer. Und Sie sehen vielleicht auch ganz interessant, ganz rechts, es gibt ein paar Briefe auch nicht zwischen Wittgenstein und Richards, sondern zwischen Richards Schwester. Ich komme dann vielleicht noch ein bisschen auf die Familie zu sprechen. Die älteste Schwester, Richards hatte vier Schwestern, vier jüngere Schwestern und Angela war die älteste. Wittgenstein war mit ihr ganz gut bekannt, also trifft sie ja einige Male im Elternhaus von Ben Richards, aber auch in der Zeit, wo sie dann in Cambridge zu studieren beginnt. Es gibt da, in Oxford, richtig, ja, ja, das ist die Zeit, wo er in Oxford ist. Danke. Das sind die einzigen Briefe, sage ich noch dazu, der korrekte Teil, weil die nicht in unserem Besitz sind, sondern die sind im Privatbesitz vom Gabriel Citroen. Ja, nur um Ihnen ein bisschen den Eindruck zu geben, es sind nicht immer sehr konventionelle Briefe, die Wittgenstein schreibt. Er verwendet zum Beispiel ein herausgerissenes Blatt hier aus einem Magazin und schreibt dann, das ist mein neues Briefpapier. Er will Ben Richards offenbar unterhalten, er will interessante Briefe schreiben, auch zum Teil humorvolle Briefe. Also lustig ist ja hier diese kleine Kasten, der eigentlich gedacht ist von dem Zeitschriftenverlag offenbar, um so Kücheneinrichtungen zu bestellen direkt und Wittgenstein nützt es und füllt es also aus quasi. Name Ludwig, address exactly nowhere, city of rest, state, womit eigentlich das Land gemeint ist, schreibt er pretty lousy. Also das sind so diese humorvollen Einlagen, Wittgensteins gibt ein paar so, also es gibt sehr häufig Beilagen. Eine andere sehr häufige Art ist, Wittgenstein schickt getrocknete Pflanzen, Blumen. Viele Briefe haben diese Blumen, es haben sich sicher nicht alle erhalten. Es ist eine Herausforderung für unsere Restaurierabteilung natürlich auch. Die sind ja trocken und unglaublich fragil. Auch ein Zeichen an seinen Freund und Geliebten, er möchte ihm sozusagen Freude bereiten. Er möchte ihm nicht nur Worte schicken, sondern übrigens auch Ben schickt zum Teil getrocknete Pflanzen zurück. Er erwähnt die meistens auch in den Briefen, erklärt, woher er die bekommen hat, was das ist. Es gibt eine berührende Stelle, er erinnert sich, wo er schreibt, ich wollte dir einen Fichtenzweig beilegen, aber als ich ihn hineinlegen wollte, sind alle Nadeln abgefallen, also bleibt nur die gute Absicht über ihn. Oder er geht explizit auf Suche nach Pflanzen. Er sagt, ich suche hier in Amerika zum Beispiel irgendetwas, was ich dir schicken könnte, finde aber nichts. Und einen ganzen Baum, er ist beeindruckt von den Bäumen, den kann er ihm nicht schicken. Wenn ich sagen darf, das gehört eigentlich zur Hauserziehung der Wittgensteins. Diese Neugier für Flora und Fauna hat er von zu Hause mitgenommen. Sein Bruder Paul war viel gebildeter in Pflanzen. Also das ist etwas in seiner Kultur von zu Hause, von Österreich mitgenommen. Es ist auffällig, dass dieses Thema Naturbeobachtung, gerade in Irland oder auch in den USA, ein ganz wichtiges Thema ist in seinen Briefen. Hier ein Beispiel, Ben Richards zeichnet auch, er schmückt seine Briefe mit diesen recht lustigen Zeichnungen. Das ist ein Weihnachtsbrief, nicht genau datiert. Interessant ist hier auch die Tatsache, Ben erwähnt, er schickt Wittgenstein zu Weihnachten eine Kamera, eine Fotokamera. Except this poor quality, rather more, the camera is my love. Wittgenstein war begeistert für Fotografie interessiert. Vielleicht erinnern Sie sich, es war im Leopold-Museum, diese Ausstellung, Fotografie als analytische Praxis, glaube ich, hieß es, wo genau dieses Thema untersucht wurde. Also Wittgenstein hat selber begeistert fotografiert, offenbar mit dieser Kamera auch sofort begonnen, Bilder zu machen, zum Beispiel von seiner Umgebung, von den Haus, von den Gastgebern, wo er untergebracht war, in Swaunsee etwa, sind Bilder erhalten geblieben aus der Zeit. Ja, zum Teil waren auch Fotos in diesem großen Nachlass enthalten. Das ist zum Beispiel ein bisher unbekanntes Foto von in Dublin aufgenommen. Sie sehen vielleicht, wenn Sie dieses Titelbild betrachten, das ist dasselbe Regenmantel, den Ben Richards hier trägt, ist aber offenbar beinahe andere. Das ist ein Bild, das aus London stammt, das schon länger bekannt ist. Das ist ein völlig unbekanntes... Wer hat die Bilder gemacht? Hat sie Drury fotografiert? Nein, offenbar Straßenfotografen. Straßenfotografen, aber die sind in Bewegung immer, die gehen. Es war damals offenbar üblich, nehme ich an, dass Fotografen das einfach ohne Aufforderung sozusagen fotografiert haben. Er erwähnt das irgendwo, dass er bei einem... Lustig ist hier der Kommentar, wie er dieses Bild kommentiert an Ben Richards schreibt. Dieses Bild wurde also auf der O'Connell Bridge gemacht. Wenn man das meiste von dir und von mir alles wegschneidet, dann entsteht ein ganz nettes Bild. Von deinem BO, das ist abgezogen, Bloody Old Face, das ist so diese Wittgenstein-Technologie. Er hat diese Slang-Ausdrücke zum Teil geliebt. Ich sehe furchtbar aus, wenn ich, als ich dieses Foto Drury, seinem Freund Drury, gezeigt habe, sagte er, wir schauen aus wie zwei Gangster. Ich wie der Gangsterboss und du wie mein strenger Bodyguard. Das hat irgendwie etwas für sich. Also ich wollte nur sagen, es gibt also Begleitmaterialien, auch einige dabei. Und sehr lustige Dinge, die eigentlich nicht Briefe, sondern sowas wie Notizzettel, müsste man sie nennen. Die Wittgenstein signiert mit einem Pseudonym John Smith oder Jonathan Smith. Das ist in England so ein Allerweltsname, wie wir sagen würden, Herr Mayer oder so, Herr Müller. Und die hatten offenbar einen ganz bestimmten Anlass. Der Anlass war, Ben besucht Wittgenstein oft in Cambridge, also sie besuchen sich wechselseitig. Wittgenstein kommt nach London. In der Zeit absolviert Ben seine praktische Spitalsausbildung am St. Bartholomeus Hospital. Wittgenstein ist offenbar noch mit Toilette beschäftigt und schreibt ihm, also er gibt sich quasi als sein eigener Diener oder Adjutant aus. Professor Wittgenstein has had an urgent call for the laboratories, vomitors in the past. Also er hat einen dringenden Anruf zur Toilette bekommen. Er bedauert sehr, dass er nicht in der Lage ist, bei ihrer Ankunft sie zu empfangen. Und hofft, dass er es ganz bequem haben wird in seiner Abwesenheit, vielleicht sogar mehr als in seiner Anwesenheit. Also es gibt drei solcher sehr kuriose Karten, wo er nur sozusagen ihn als Begrüßung den Zettel offenbar hinlegt und selber noch beschäftigt ist. Darf ich nur etwas ganz kurz sagen, diese Zeitungsausschnitte und beiliegenden Karten sind typisch für die Korrespondenz mit anderen Personen, zum Beispiel mit seinem Bruder Paul. Und es gibt die sogenannte Nonsense Collection, weil Wittgenstein hat all diese, er hat sie, ja mit Ironie, es ist sehr oft sarkastisch. Er hält für Blödsinn viele dieser Ausschnitte, die er schickt und die Sammlung, der Nonsense Sammlung befindet sich im Brenner Archiv. Es wäre vielleicht interessant in Zukunft diese beiliegenden Briefe zu vergleichen und etwas Gemeinsames zu finden mit den anderen, die in Innsbruck sind. Weil das sind wirklich Tagesstimmungszeugnisse von Wittgenstein, was gerade ihn geärgert oder zum Lachen gebracht hat. Nur diese sind alle auf Englisch und die in Innsbruck sind auf Deutsch natürlich, ja. Die tauscht das ja oft mit seinem Bruder Paul aus. Ja, ja, aber immer iranisch. Die haben sich immer lustig gemacht, wie blöd etwas auf der Welt vor sich geht. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Also er mokiert sich sozusagen wie dumm offenbar manche Artikel oder auch Werbungen. Es sind einige solche Materialien dabei, wo das genauso vorkommt, wo er auch Dinge dann unterstreicht, die offenbar besonders... Überhaupt, er hat nicht sehr viel von der Welt gehalten und von den Menschen. Das Wort dumm ist vielleicht das am meisten verwendete Wort. Oft ironisch, humorvoll. Ich bin dumm, meistens ich bin dumm. Ich kann nicht arbeiten, meine Arbeit ist dumm, aber sehr oft, der ist dumm, die Situation ist dumm. Deswegen habe ich gefragt, welches englische Wort er verwendet, ob stupid oder silly. Das ist interessant, ja. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, auch natürlich darauf zu verweisen. Es ist natürlich auch eine Ausgabe der Originalbriefe vorgesehen, eine rein englische Ausgabe. Wir wollten ursprünglich eine zweisprachige Ausgabe mit dem Text in Originalsprache, Englisch und Deutsch gegenübergestellt. Der Heimann-Verlag hat dann sehr spät bekannt gegeben, es wird ihm das zu umfangreich. Das Buch ist quasi schon angekündigt mit einem bestimmten Preis, auch einen sehr günstigen Preis, muss man sagen, einen staunlich günstigen. Also mit einem Wort, er wollte die englischen Briefe nicht dazugeben und ich habe das hinterher auch eigentlich als vernünftig gesehen. Man hätte ja die ganzen Fußnoten, die ganzen Einleitungen, alles übersetzen müssen. Und es wäre dann ungefähr doppelt so dick geworden und das ist dann schon ein bisschen ein unhandliches. Aber jedenfalls geplant ist eine Übersetzung ins Englische. Die Briefe sind ja fertig. Darauf wartet die Wittgenstein-Welt, der größere Teil der Wittgenstein-Welt kann kein Deutsch, weil sie englischsprachig sind. Das ist ein Problem, nicht nur bei diesen Briefen, die jetzt viele nicht verstehen können, aber Wittgenstein hat alles auf Deutsch geschrieben. Deswegen, wer sich als Wittgenstein-Experte vorgibt in England oder Amerika, sollte mindestens Deutsch können, um die Philosophie lesen zu können. Ja, ich stimme dir absolut zu. Der ganze Nachlass ist für nicht-Deutschsprachig eigentlich... Es ist eine so poetische Sprache, es ist nicht irgendeine... Übersetzt sind natürlich die Printausgaben alle, also schon von Beginn an, aber die Originalmanuskripte, der Nachlass ist nach wie vor nur in Deutsch zugänglich. Und das ist einfach eine schwere Einschränkung für jemanden, der das nicht verstehen kann. Ganz kurz, weil wir noch so viel Interessantes zu besprechen haben, wie kamen die Briefe an die Nationalbibliothek? Ungefähr wurde das schon gesagt. Für mich ist eine interessante Frage, wieso wurden sie nach Wien angeboten? Und darf ich eine These meinerseits, weil die Witwe von Ben Richards versteht, dass die Briefe sehr viel wert sind. Wieso bietet sie sie nach Wien an? Weil sie, glaube ich, nicht möchte, diese so intime Beziehung in ihrem eigenen Land bekannt zu haben. Und Ben Richards hat sie geheiratet, hat dann ein sehr ganz, wie ist es politisch korrekt heute zu sagen, nicht normales, sondern ein heterosexuelles Leben geführt. Und ich weiß, zum Beispiel aus England hat man uns kontaktiert, entfernte Verwandten der Wittgenstein-Familie, die Kuhn Moses, die schon in den 30er Jahren nach Oxford emigriert sind, und sagen, ach, jetzt müssen wir noch erleben, dass unser Großonkel doch homosexuell war, muss das sein? Also noch heute sind solche Leute. Und können Sie sich vorstellen, was die Witwe des Partners von Ludwig Wittgenstein? Deswegen, ich glaube, ich muss nicht recht haben, aber ich glaube, Wien ist ein sicherer Ort. Es ist sehr wichtig offensichtlich, dass die Briefe in öffentlicher Hand sind, weil wenn sie in einer privaten Schublade verschwinden, dann ist es viel zu schade. Und ja, das ist mein Eindruck. Also ich, von den Fakten, ja, ich weiß nur so viel. Sofort nach Ben Richards Tod wurden diese Briefe von Tara Richards und seiner Witwe angeboten. Damals gab es auch eine Vermittlung von Michael Nedo, das ist irgendwie bekannt. Warum er auf uns verfallen ist, weiß ich nicht. Also ich denke, dass Nedo der Hauptverantwortliche ist, dass es uns angeboten wurde. Es ist auch aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass Ben Richards diese Briefe noch vorbereitet hat. Da gab es genaue Listen. Und jetzt kommt das Rätselhafte, er sucht 150 Briefe aus. Wir wussten natürlich damals nicht, dass es noch mehr gibt. Aber die Nationalbibliothek hat also diesen ziemlich hohen, damals, Kaufpreis bezahlt. Obwohl die Auflage, also testamentarische Auflage von Ben Richards selber, bis 2020 die Briefe unter Verstoß zu halten. Okay, offenbar eine gewisse Sorge, dass da private Inhalte drinnen stehen. Wenn man das Buch kennt, kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, was da die Ängste waren. Es gibt also sicher keine kompromittierenden in irgendeiner Weise Inhalte. Aber natürlich, wie du sagst, die generelle Akzeptanz, Wittgenstein sich eher zu Männern hingezogen fühlt, er hatte ja auch Beziehung zu Frauen. Also es ist ja nicht so eindeutig. Das hat sich erst durchsetzen müssen. Das ist, glaube ich, nach der Biografie vom Raymond so ziemlich dieses Thema entschärft worden. Vorher war es wirklich ein Tabuthema und, also wir brauchen das, glaube ich, nicht mehr anzusprechen, wer da alle dahinter ist. Aber der interessante Punkt ist jetzt, also diese Briefe waren bei uns, es war bekannt, sie sind gesperrt. Ich habe quasi darauf gewartet schon. Dr. Fingenagel hat mir auch ein bisschen früher schon den Zugang gewährt, um die Edition vorzubereiten. Es war nahezu fertig, die Edition dieser 150, dieses ersten Teiles. Ich bin dann in Kontakt gewesen mit Miranda Richards, also der Tochter, der einzigen Tochter von Richard, also Tara und Ben Richards. Und dann schreibt sie mir in so einer E-Mail nebenbei, übrigens, es gibt noch einige Briefe mehr bei mir zu Hause. Hat niemand gewusst natürlich. Und es stellt sich heraus, dass es also der ganze Rest der Briefe, über 250 Briefe noch und eben auch die Briefe ihres Vaters an Wittgenstein, sich noch in ihrem Privatbesitz befunden haben, das war 2021 erst. Warum diese Trennung passiert ist, ist mir bis heute ein Rätsel. Also die Briefe sind, auf einer Seite sind die Ben Richards Briefe, die sind komplett nur im zweiten Teil, aber die Wittgenstein Briefe sind ohne irgendein erkennbares System oder Prinzip getrennt worden. Also die sind nicht chronologisch getrennt, es ist durcheinander sind diese Briefe, also in zwei Teilen separiert worden. Okay, wissen wir nicht, aber jedenfalls, wir konnten Gott sei Dank, nochmal mein Dank an die Frau Dr. Rachinger, wie dieser zweite Teil aufgetaucht ist, zu einer nicht geringen Summe, ist dann sofort die Zustimmung gekommen. Tara Richards oder Miranda Richards war es ein Anliegen, sie hat das ausdrücklich betont, dass die Briefe zusammenbleiben. Also sie wollte das an einem Ort haben, darum sind wir als erstes natürlich in Frage gekommen, was geschehen wäre, wenn wir das nicht hätten kaufen können, das ist eine andere Frage, aber es wäre sicher problematisch geworden. Aber jedenfalls, das war die Geschichte, total überraschend, dass dieser zweite Teil aufgetaucht ist. Natürlich haben wir dann diesen Teil dazunehmen müssen oder können, hat die ganze Edition natürlich um einiges verzögert, aber man bekommt natürlich ein viel lebendigeres Bild, weil man teilweise direkt Antwortbrief und Brief und Antwort nebeneinander lesen kann. In weiten Teilen, wie gesagt, fehlen uns auch die Antwortbriefe. Jetzt zur Beziehung selbst und bevor du das Wichtigste, was du in den Briefen siehst, sagst, mir scheint es sehr wichtig, sich die Realien der Periode, in der diese Korrespondenz entstanden ist, sich vorzustellen. Das sind die Jahre gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Sowohl in England als auch in Österreich werden Realien des täglichen Lebens geschildert, zum Beispiel die Rationierung in England. Die Rationierung in England hat bis zum Jahr 1953, bis zur Krönung der Königin, gedauert. Und es gibt eine Erwähnung von Rationierung von Speck. Ludwig hat Ben sein Rationsspeck gegeben und das hat sogar noch länger gedauert. Also England ist ein verschuldetes, völlig verarmtes Land nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl den Krieg gewonnen. Und die Situation für eine Beziehung dieser Art müssen wir uns auch vorstellen. Das ist ein Cambridge-Dom. In Cambridge und auch in den Kreisen, wo Ben Richards verkehrt hat oder seine Familie nahe an die Bloomsbury-Gruppe, ist Homosexualität keine Ausnahme, eher die Regel eigentlich. Und es gibt keine Vorurteile. Allerdings, das Gesetz in England ist sehr streng, genau in dieser Zeit. Alan Turing, ein mindestens genauso genial, sehr berühmter und ein Kriegsheld nach dem Enigma-Projekt, wird verfolgt. Das ist ein paar Jahre später, das ist 1953, aber spielt keine Rolle. Also es besteht, das Gesetz gegen Gross Indecency oder grobe Unanständigkeit besteht in England bis zum Jahr 67. In Österreich werden solche Gesetze ein bisschen früher abgeschafft. Zu der Zeit ist in Österreich, glaube ich, offene Homosexualität auch illegal. Aber in England, wenn jemand wie Alan Turing durch Hormonspritzen und Freiheitsbegrenzung bestraft wird, dass er sich mit einem Mann in einem Zimmer allein aufgehalten hat. Darum ist es gegangen. Nicht, Gott weiß was Grafisches oder irgendein gemeinsame, kein Familienleben, kein Boyfriend, sondern sich einfach allein in einem Zimmer mit einem anderen Mann aufzuhalten. Und ich glaube, dadurch entstehen mehrere Situationen, wo beide sehr vorsichtig sind. Überhaupt die Natur dieser Beziehung, was sie wirklich miteinander gemacht haben, werden wir nie wissen. Und das ist vielleicht auch irrelevant. Aber sehr vorsichtig sind sie beide, weil Wittgenstein sehr gut weiß, was ihn erwarten könnte, sollte es öffentlich werden. Und Ben Richards noch mehr, weil er nicht einmal so berühmt ist. Das ist das Seine. Und ich möchte noch erwähnen, die Briefe aus Wien, nach dem Zweiten Weltkrieg besucht Wittgenstein jedes Jahr seine Familie, muss ihm ein Militärerlaubnis erwerben, weil er ein britischer Staatsbürger ist, und beschreibt Wien als sehr traurig. Das ist eine Welt, die er nicht mehr kennt, aber man kann noch immer gute Musik machen. Das ist ihm das Wichtigste. Und überhaupt das Musikthema in allen seinen Beziehungen, aber besonders in dieser Liebesbeziehung, ist natürlich primär. Ich wollte das erwähnen, weil zum Beispiel seine amerikanische Schwester, offensichtlich hat Margaret Stombrough Ben Richards kennengelernt. Sie ist immer wieder durch England nach Amerika, weil sie hat gependelt zwischen New York und Wien nach dem Krieg. Und er erzählt Ben immer meine amerikanische oder meine jüngste Schwester, geht jetzt zum ersten Mal zurück nach Wien, weil nach dem Krieg darf sie gar nicht nach Wien. Zuerst darf sie nur bis Innsbruck. Seine zwei Schwestern aus Wien fahren nach Innsbruck und so treffen sich die Wittgenstein-Schwestern. Das zweite Mal erst darf sie nach Oberösterreich, wo sie immerhin ein Haus hat, die Villa Toskana. Und erst 48 oder 49 darf sie nach Wien. Und er schreibt dem Ben, sie vorzuwarnen, weil Ben trifft sie in Southampton bei dem Umsteigen von Oceanliner auf den Zug nach Wien. Sie zu warnen, dass sie in Wien große Schwierigkeiten haben wird und sehr aufpassen muss, weil ihr Haus in der russischen Zone war. Das Kundmann-Gassehaus oder der ganze dritte Bezirk, jetzt weiß ich nicht genau. Aber wo seine Schwestern in der Argentinierstraße oder am Bramsplatz gewohnt haben, ist eine ganz andere Geschichte, als wo die Kundmann-Gasse, das sogenannte Wittgenstein-Haus, sich befand. Das sind alles Realien, die so ein Flair geben, für mich äußerst interessant waren. Okay, entschuldige, sag bitte jetzt über die Beziehung, was du interessant hast. Ein paar Punkte wollte ich noch ergänzen. Also wenn man sich ungefähr ein Bild machen will, wie dieses Verhältnis, diese Liebesgeschichte war zwischen Richards und Wittgenstein, für mich am eindrucksvollsten ist ein, auf diese Folie kommen wir vielleicht noch kurz, ist eine Eintragung, also die erste Eintragung, in der Ben Richards in seinen Manuskripten, in Wittgensteins Manuskripten erwähnt wird, stammt, ist ungefähr ein halbes Jahr, nachdem sie sich kennengelernt haben. Und wenn man das liest, bekommt man, glaube ich, ein bisschen ein Gefühl dafür, wie stark im, also mit welcher Intensität hier die Wittgensteins Gefühle waren. Ich lese das kurz vor, 22. Juli 1946. Wittgenstein ist in Zwanzi in dieser Zeit, vermute ich, oder ja, es ist sicher ein Aufenthalt in Zwanzi. Man muss sich vorstellen, das sind Manuskripte, die sind voll philosophischer Bemerkungen. Dort hält er seine Gedanken fest und plötzlich unterbricht er die, macht eine eckige Klammer, ich bin furchtbar bedrückt über meine ganze Zukunft, über die meine Zukunft ganz und klar, ganz und gar unklar, Entschuldigung, meine Liebesgeschichte mit Richards hat mich ganz entkräftet. Sie hat mich während der letzten neun Monate wie ein Wahnsinn beinahe festgehalten. Es ist, als wäre ich mit meiner ganzen Kraft einem Phänomen nachgerannt, manchmal mit der Hoffnung, es zu erhaschen, öfter noch in Furcht oder Verzweiflung. Ich kann mir aber keinen Vorwurf machen, das heißt, ich mache mir keinen darüber, war es gut, war es schlecht. Ich weiß es nicht. Ich möchte nur sagen, es war ein schreckliches Verhängnis. Also man spürt aus diesen Zeilen, Wittgenstein ist erschüttert in seinem Leben und ein kleines Detail, ein interessantes, Sie haben also links, rechts die originalen Manuskriptseite. Ein Wort schreibt Wittgenstein in seinem bekannten Code. Es ist bekannt schon seit seinen Kriegstagebüchern, er verwendet einfach das Alphabet sozusagen invers, statt dem A schreibt er ein Z und statt dem B ein Y und so weiter. Es ist dieses Wort Liebesgeschichte. Der ganze andere Text ist ganz normal geschrieben, aber das Wort Liebesgeschichte ist für ihn irgendwie etwas, was er nicht direkt hinschreiben möchte, offenbar. Mag damit zusammenhängen mit dem, was du vorher gesagt hast, dass das auch noch ein strafrechtlich relevanter Tatbestand war. Aber auch in seinen ganz privaten Manuskripten, wenn er in Code schreibt, ist das etwas, das in seinem Inneren sehr, sehr, sehr privat... In den Kriegstagebüchern ist es sicher so. Ja, und auch später, zwischen den philosophischen Bemerkungen, wenn er einen Tag privat irgendwo in einem Kloster zum Beispiel beschreibt, schreibt er die Sätze in Code. Und es kann auch eine Automatik bei ihm gewesen sein, was privat ist, ist Code, weil es ist eine eigene Sprache, Sprachspiele. Aber offenbar hat er das so beherrscht, dass er das ohne Schwierigkeiten hinschreiben konnte, ohne besondere Hilfsmittel. Also man kann sich ein bisschen ein Bild machen. Für Wittgenstein war es sowas, er verwendet dann ganz ähnliche Ausdrücke wieder, wie ein Fatalismus sozusagen, der ihn in diese Beziehung geführt hat. Ich lese Ihnen noch einen kurzen Abschnitt aus einer Eintragung, auch vom Oktober 1946. Dämonen haben dieses Band gewoben und halten es in ihren Händen. Dämonen haben dieses Band gewoben. Also Wittgenstein wird sehr poetisch in seiner Ausdrucksweise. Sie können es zerreißen oder dauern lassen. Wittgenstein ist sozusagen nicht Herr über diese Beziehung. Er hat ständig erlebt in dieser Angst. Er wird Ben Richards wieder sehr bald verlieren. Interessant ist eben, parallel zu lesen hier die Manuskripte, die wir kennen, die in dieser Zeit entstanden sind. Ich möchte Ihnen noch einen kleinen Ausschnitt hier, ebenfalls aus derselben Zeit. Also das ist jetzt Sommer, Herbst 1946. Die Bekanntschaft beginnt, wenn man dieses Zitat hier ernst nimmt. Also vor neun Monaten schreibt er, das ist etwa Jahresende 1945, wo sich die beiden offenbar in einer Vorlesung Wittgensteins getroffen haben. Es geht aus dem Lebenslauf von Ben Richards hervor, dass er auch philosophische Vorlesungen besucht hat in dieser Zeit und ist offenbar zufällig auf Wittgenstein gestoßen, damals in Cambridge. Und das war der Anstoß oder der Beginn dieser Beziehung. Also noch ein kurzer Ausschnitt aus einem Manuskript vom November 1946. Ich habe nicht den Mut und nicht die Kraft und Klarheit, den Tatsachen meines Lebens gerade ins Gesicht zu schauen. Ben hat zu mir eine Vorliebe, etwas, das nicht halten kann. Wie diese verwelken wird, weiß ich natürlich nicht. Wie etwas von ihr zu erhalten wäre, lebendig, nicht gepresst in einem Buch als Andenken, weiß ich auch nicht. Es ist unendlich unwahrscheinlich, dass diese Liebe, wenn sie von einer anderen oder anderen Umständen gedrängt wird, dann noch Zähigkeit genug haben wird, nicht zu reißen. Das ist nun eine furchtbare Schwierigkeit meines Lebens. Ich weiß nicht, ob und wie ich es aushalten werde, dieses Verhältnis mit dieser Aussicht weiter zu nähern. Es abzubrechen, aber habe ich nicht die Klarheit und nicht die Kraft. Wenn ich mir vorstelle, dass ich es abgebrochen hätte, so fürchte ich mich vor der Einsamkeit, davor mir sagen zu müssen, ich hätte treulos und ungeduldig ein Band zerrissen, das ein großes und ungemein seltenes Geschenk des Himmels war und das ich nicht zum Guten zu verwenden wusste. Es wird mir so erscheinen, dass hier, als ich es nie erwarten durfte, mir die Gelegenheit geboten wurde und ich, statt sie nun wohl zu benutzen, sie weggeworfen habe. Das ist schwer. Wenn ich diese Neigung benutzen will, kann ich es nur tun, indem ich viel leide. Und ob es dann gehen wird, weiß ich auch nicht. Ob ich diesen Schmerz aushalten kann. Und dann fragte sich selber, kannst du nicht auch ohne seine Liebe fröhlich sein? Musst du ohne diese Liebe in Gram versinken? Kannst du ohne diese Stütze nicht leben? Denn das ist die Frage. Kannst du nicht aufrecht gehen, ohne dich auf diesen Stab zu lehnen? Oder kannst du dich nicht entschließen, ihn aufzugeben? Oder ist es beides? Du darfst nicht immer Briefe erwarten, die nicht kommen. Aber wie soll ich es ändern? Es ist nicht Liebe, was mich zu dieser Stütze zieht, sondern dass ich auf meinen zwei Beinen alleine nicht sicher stehen kann. Also das sind, glaube ich, sehr ehrliche und berührende Bekenntnisse. Ich glaube, man muss auch sagen, das ist eine durchaus neue Empfindung bei Wittgenstein. Vielleicht hat er sich sein ganzes Leben lang danach gesehnt, wahre Liebe empfinden zu können. Aber nur in dieser letzten Beziehung kann er das formulieren, kann er es wirklich empfinden. Weil Vincent, das ist romantisch, die haben sich kaum gesehen, die sind sehr weit auseinander. Skinner, Francis Skinner, da ist die Beziehung, die haben auch zusammen gelebt. Er hat mit Skinner gearbeitet, er hat Skinner diktiert. Und da sagt er, er gibt mir mehr Liebe, als ich fähig bin zu geben. Und das gibt ihm natürlich Schuldgefühle. Wittgenstein ist jemand, der sich für alles selbst die Schuld gibt. Während in dieser letzten Beziehung kann er sich öffnen. Ja, das ist die Reife. Ich glaube, das ist ein Mann, der bereits weit über 50 ist und sein Leben rekapituliert. Und besonders, wenn er sich dann zunehmend schlechter, gesundheitlich schlechter fühlt. Und besonders, nachdem er weiß, dass ihm nur noch weniger Zeit bleibt, intensivieren sich diese Ausdrücke und die Definitionen. Wenn du, ich weiß nicht, nur einen Vorschlag, nur die letzten Sätze vom letzten Brief an Ben Richards, weil das ist deine Beichte, Herzreißheit, wenige Tage vor seinem Tod. Ich habe eine Zitate vorbereitet noch, wo man sieht, also ich glaube, du hast völlig recht. Also Wittgenstein ist in der Lage, seine Gefühle auszudrücken. Aber er steht immer in dieser Spannung, er weiß, wie viel Ben Richards ihn bedeutet und er hat unglaublichere Angst, ihn zu verlieren. Also es ist zugleich, wie er hier, lies mir jetzt ein paar Sätze vielleicht vor, wenn ich mich bedrückt fühle, gibst du mir Stärke. Deine Briefe sind Nahrung und Getränk oder Trank für eine ganze Woche. Und das ist keine Übertreibung. Oft denke ich, wenn es nicht wegen dir wäre, könnte ich hier gar nicht existieren oder sein. Also er schreibt es aus seiner irischen Zeit, wo er sich in Rossroh ja in einer Hütte, in einer völligen einsamen Gegend zurückgezogen hat. Oder also in diesem Ton, der durchzieht diese Briefe generell. If I could see you, that could give me some strength for in many years. My only happy hours were connected in some way with you. Und ich glaube, das ist das Zitat, was du gemeint hast. You have given me happiness and joy, which I never deserved, and made my life different altogether from what it would have been without you. Thanks for all you did to me. You are the background of all my happiness. Das ist zwei Wochen vor seinem Tod. Das sind schon berührende Eingeständnisse und die einfach zeigen, welche Bedeutung Ben in seinem Leben gehabt hat. Und Ray Monk vermutet ja, dass dieser letzte überlieferte Satz von Wittgenstein sagt Ihnen, ich habe ein wundervolles Leben gehabt. Also das ist der Satz, den die Frau seines Hausarztes uns überliefert hat. Im Zusammenhang steht mit dieser glücklichen Zeit, in der er mit Ben Ritschatz hatte. Weil die ganze Wittgenstein-Community hat sich immer gefragt, wie kann jemand, der aus einer Familie voller Selbstmorden kommt, der zwei Weltkriege durchgemacht hat, wie kann so jemand am Sterbebett sagen, tell them I had a beautiful life. Brian McGuinness, der andere große Biograf und Philosoph, hat gesagt, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich hat er, weil er ein sinnvolles Leben gehabt hat. Für ihn ist beautiful, was Sinn gemacht hat, was ethisch geführt hat. Ich glaube, das ist auch ein selbstbestimmtes Leben. Er hat so gelebt, wie er es für richtig gehalten hat. Aber trotzdem, diese letzten Briefe, ich glaube, Ray hat recht und du hast dadurch recht, er ist glücklich verliebt gestorben. Und auch die letzten Briefe, der ganze langsame Abschied vom Leben, weil man muss sagen, die Briefe an Ben Richards können auch parallel zur Korrespondenz mit anderen, mit Kollegen, mit anderen Freunden, er schreibt praktisch die gleichen Dinge. Übermorgen fahre ich nach New York oder übermorgen fahre ich nach London, ich habe das gekauft, ich habe das gegessen. Das schreibt er nicht nur Ben Richards, das schreibt er auch seinen Freunden. Bei Ben Richards ist nur die viel Liebe dabei. Das ist das Einzige. Aber was er allen schreibt, ist ein langsamer Abschied und eine Erleichterung, dass der Tod kommt. Erstens, er hat gewusst, er hat erwartet, dass die Diagnose Krebs ist, weil Krebs in seiner Familie üblich ist. Sein Vater ist an Krebs gestorben, seine älteste Schwester Hermine ist an Krebs gestorben. Er wusste das und vor allem war er erleichtert, als die Diagnose endlich gestellt worden ist, weil er jahrelang als anämisch diagnostiziert worden ist und niemand hat gewusst, wieso es ihm schlecht geht. Und als man ihm gesagt hat, dass Bestrahlung keinen Sinn mehr habe, sondern einfach ruhig das Ende abwarten, weil dann hat er begonnen, wieder klar denken zu können, arbeiten zu können. Und das ist das Glück. Also ein bewusster, glücklicher, unglaublich weiser Abschied vom Leben. Unglaublich. Vielleicht auch eine Sache vom Charakter und vom Intellekt, so etwas. Aber ich möchte vielleicht sagen, wir haben uns vorgenommen, dass wir ein bisschen Zeit auch, falls Fragen gibt, dem Publikum reservieren dafür. Ich würde gerne eine kleine Stelle noch lesen aus den Briefen, weil es ein bisschen auch relativiert. Natürlich, Ben hat ihm, also er ist der Hintergrund seines ganzen Glückes. Zugleich aber ist da auch ein ständiger Anlass, sich Sorgen zu machen, in einer Spannung zu leben. Und das kommt in diesem Brief. Also Wittgenstein ist ja berühmt dafür, dass er Gleichnisse, wunderbare Gleichnisse findet. Und er drückt es hier wieder in einem aus. Der Brief ist vom Jänner 1949. Wittgenstein ist in Dublin, also er hat an verschiedenen Orten gelebt, aber im Winter zieht er sich nach Dublin in das Ross Hotel zurück, das ihm sehr behagt und schreibt, Ich habe dir oft gesagt, dass deine Briefe mich am Laufen halten. Und das war nicht nur eine Fasson de parler. Ich brauche sie. Und wenn sie nach der vergangenen Woche für einige Tage warten lassen, verbringe ich diese Tage in ständiger Angst. Ich fühle mich geistig und körperlich elend. Das ist die Wahrheit. Was folgt nun daraus? Ich denke einfach dies. Wenn du dich um mich sorgst, so wie ich es um dich tue, dann wirst du mich nicht unglücklich machen, wenn du es vermeiden kannst. Wenn du krank oder so schrecklich beschäftigt bist, dass du nicht schreiben kannst, dann muss ich es einfach hinnehmen und ich werde es. Wenn du das Gefühl hast, dass ich lästig und mühsam bin, ziehe die richtigen Konsequenzen daraus. Ich wage zu behaupten, ich bin eine Plage. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich kann mir kein neues Nervensystem geben. Und jetzt kommt dieses Bild. Stell dir vor, du hättest einen Hund gekauft. Eine Zeit lang gibst du ihm regelmäßig sein Essen und erfreust dich an seiner Freude und Dankbarkeit. Dann wird es vielleicht eintönig und du bist beschäftigt und fütterst ihn zu unregelmäßigen Zeiten. Wann es dir passt, du machst das Tier elend und krank. Nun gibt es keinen Grund, warum man ein so sensibles Tier sich halten sollte. Andererseits ist das Tier nicht schuld, dass es so ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mit all dieser Regelmäßigkeit beim Füttern gerechnet hast, musst du ihn unverzüglich loswerden. Ihn bezieht sich jetzt auf den Hund indirekt, aber auf sich. Also das ist irgendwie ein sehr einprägsames Bild. Wittgenstein leidet auch. Also genauso wie er dieses Glück empfindet offenbar, leidet er, wenn er einige Tage keinen Brief bekommt. Und das ist so ein, er schreibt es auch einmal, er bekommt das eine nur, wenn er auch sozusagen das andere akzeptiert. Und er überlegt diese Beziehung sozusagen von vornherein abzubrechen, weil er denkt, sie könnte mal enden, aber dazu ist er offenbar nicht in der Lage. Ich hätte noch ein paar Dinge vorbereitet, aber wir müssen das nicht unbedingt. Aber ich wollte zum Schluss vielleicht eine kleine, damit Sie auch sehen, es gibt sehr lustige Karten, zum Teil Ansichtskarten. Vielleicht ist es ein ganz netter Schluss. Wittgenstein befindet sich in Rossro, also in dieser einsamen Gegend im West-Irland, an der Küste, für einige Monate in der Hütte, die dem Freund Rurig gehört und Ben Richards besucht ihn dort. Eine Woche im Mai ist Richards zu Besuch und sie schreiben zusammen eine Karte an Angela, an die Schwester von Ben Richards. Und hier kommt ein sehr lustiges Rätsel vor. Also, dear Angela, are you intelligent enough to guess this riddle? If you have it, you aren't it. But if you haven't, you may be. Woher Wittgenstein, das heißt, weiß ich nicht, ob er sich selber ausgedacht hat oder irgendwo gelesen hat. Whatever else there is of any importance, Ben will tell you. Und sie zeichnen dann, oder Ben wahrscheinlich zeichnet auch hier einige Tiere noch in diese Küstenlandschaft. Der letzte Teil stammt von Ben Richards, schreibt dann seine Schwester, The sun shines all the time here, except at night. There are many more jellyfish than the photograph over leave might lead you to suppose love from Benedict. Also, das sind so ganz nette, kleine, witzige... Was Ansichtskarten anbelangt, eine Ansichtskarte, die er aus Wien dem Ben schickt, ist der Josefsplatz. Die Nationalbibliothek ist von Wittgenstein in einem Brief beigelegt. Ist auch drinnen, ja. Er schickt ihm Eindrücke von Wien und eines davon ist Michaelerplatz. Ich wollte nur sagen, dieses Rätsel, wenn jetzt jemand denkt, was das sein könnte. Wenn du es hast, bist du es nicht, aber wenn du es nicht hast, bist du es vielleicht, wird im Fußnotenteil aufgelöst. Ich verrate es jetzt nicht. Aber vielleicht gibt es Fragen. Es gibt noch unglaublich viel zu sagen. Ich denke, wir werden uns der Musikseite, aber in weiteren Veranstaltungen und vielleicht mit Schallplatten und mit Musikbeispielen, weil es ist unglaublich, was er alles und auch lästert über verschiedene Dirigenten. Das muss man einem Musikliebhaber im Musikverein heute zeigen, was er über Karajan sagt und so weiter. Also er hat wohl Meinung gemacht. Und was wir leider ein bisschen übersprungen haben, das war der familiäre Hintergrund von Ben Richards. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Müssen wir aber nicht erwähnen, außer dass die Mutter von Ben Richards, Noel, das war die jüngste dieser vier Geschwister, einer sehr interessanten Familie, einer englischen, sozialistisch geprägten Familie entstammt. Und das war der Großvater Sidney Oliver, der zum Baron befördert wurde und Kolonialbeamter, ein sehr erfolgreicher Kolonialbeamter war, der zum späteren Zeitpunkt dann Gouverneur von Jamaika war. Die ganze Familie hat in Jamaika gelebt einige Jahre. Er wurde dann auch Minister für Indien und ins House of Lords aufgenommen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und okay, Noel war das Objekt, schon das 15-Jährige hat sich Rupert Brooke, der ein berühmter englischer Dichter war, in sie verliebt. Und es gibt eine ganze Reihe von Liebesbriefen, die dann später publiziert wurden. Also Noel war eine sehr schillernde Persönlichkeit. Es gibt dieses Buch über diese Oliver Sisters, übrigens Sidney Lawrence, Olivia, ist ein Cousin von ihr gewesen, der Schauspieler. Was ich besonders lustig finde, weil du vorher auch diesen Bloomsbury-Kreis erwähnt hast und die Beziehungen dort. Robert Brooke war so etwas wie ein Nationalheld. Er hat auch Kriegsgedichte geschrieben und er war berühmt wegen seiner Schönheit. Also Jets bezeichnet ihn als den schönsten Jüngling von England. Er hat sowohl Männer als auch Frauen angezogen. Er hat wiederum, war verliebt in Noel, hat ihr Liebesbriefe geschrieben, war allerdings als 16-Jährige. Sie hat offenbar diese Liebe nicht sehr erwidert. Sie hat eine sehr enge Beziehung zu James Stragie, den Bruder von Lytton Stragie, also der Psychologe war und bekannt wurde durch die Übersetzung der kompletten Freudausgabe. James Stragie war wiederum unsterblich verliebt in Brooke, in Rupert Brooke. Das habe ich mir gerade gedacht, das ist ja für Frauen vielleicht nicht kaum interessiert. Brooke war in Noel verliebt, aber Noel hat also... Noel ist unter Rupert Brooke ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Genau. Nicht im Krieg, das muss man auch dazu sagen, sondern an einem Gelsenstich gestorben. Aber er war so etwas wie ein Nationalheld und vielleicht das letzte Detail. Noel hat sich ihr ganzes Leben lang dagegen gewehrt, diesen Briefwechsel herauszugeben. Erst nach ihrem Tod, lange nach ihrem Tod, hat die Enkelin, die Tochter von Angela, Pieper Harris, heißt sie, diese Briefe herausgegeben. Also mit einem Wort, diese Familie Olivia war im Cambridge der Vorkriegs, also vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich noch, sehr gut etabliert. Und interessant ist das Detail, dass ja auch Wittgenstein bei seinem ersten Cambridge-Aufenthalt genau in diesen Kreisen verkehrt hat, natürlich. Er war auch Mitgliederapostel, war zwar angewidert meistens von dieser Gesellschaft, aber es ist durchaus möglich, dass er und Noel sich damals schon gesehen haben. Oder dass er Rupert Brooke zumindest zum Sehen kannte, halte ich eigentlich für sehr wahrscheinlich. Das sind die englischen Upper Middle Class, nicht ganz die Upper Class, keine Aristokratie, aber die Gebildeten, wie du gesagt hast, die sozialistischen, also das ist ein Sozialismus der Fabian Society noch. Die Leute, die nach Cambridge gegangen sind, um zu studieren. Die Leute, die das Geld hatten, zwei Monate Urlaub in Italien zu machen, zu einer Zeit, wo niemand Urlaub im Ausland gemacht hat. Und Mitglied des House of Lords ist aber gleichzeitig Sozialist. Und Governor of Jamaica, das ist eine sehr hohe Position. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.